Und im Cockpit bin ich festgesteckt, da kam ich nicht mehr raus, weil ich mich vorne zu dem Dings, wie heißt das, zweiten... Du bringst die rein, dann bring ich die hier raus. Oh mein Gott, Josch! Ja, ist ein geiler Grill. Der sieht richtig geil aus, aber wo zündet man den an? Bei deiner Mutter. Wenn Vater jetzt nach Hause kommt... Ich glaube, ist das denn nur Deko? Das heißt, wir haben so einen richtig geilen Grill gebaut. Nee, kann es sein, dass wir da unten der CD einfach nur eine Feuerstelle reinmachen müssen und das ist dann unser Grill. Das kann gut sein, aber dann haben wir trotzdem irgendwie keinen Schornstein auf dem Dach, der der... Ja, der darf nicht mehr da. Nee, fang denn das Haus ab. Nein, nein, nein. Da steht aber, das ist eine Feuerplace. Das heißt, ich muss da unten ein Feuer ranmachen. Da machen wir aber mal ein gutes. Lass mal ein gutes Feuer machen. Gehe ich auch noch kurz im Cockpit? Ist das ein gutes Feuer, Julian? Ja, das ist das mit Steinen. Ja, komm, ich gehe auch noch kurz im Cockpit. Wenn der Joschi Flair ganz schön hat. Geil. Lass mal beide anzünden, du. Oh, geil. Wenn der Julian missbaut. Ja, aber es sieht geil. Also es sieht imposant aus, da kannst du nichts sagen. Ja, das ist richtig. Aber juckt das nicht? Ein wenig. Yay, imposant Witzel. Gut. Und ein paar Steine gesammelt. Ach, guck mal, die Kräuter wachsen, du. Das ist doch lebendig schön. Mal wieder die ganzen Dinger da auffüllen. Ich werde gleich krepieren. Also ich habe eins Medizin, wenn du brauchst, Jürgen. Ja, Tito. Brauchst du eins Medizin? Nee, nee, das Medizin brauche ich nicht. Gesundheitlich bin ich top. Hey, Junge, komm doch mal mit. Mensch, das Beifuß jetzt hier. Ich habe Hunger und Durst. Ja, dann komm mal hier. Da hat es Hunger und Durst, Bär. Ja, Hunger und Durst habe ich auch. Willkommen im Club. Jetzt komm doch mal hier. Das ist doch blöd. Ich laufe ja schon so schnell, ich kann. Jetzt komm doch mal hier. Beifuß, Jürgen, Beifuß. Ja, komm mal hier. Ja, du hast die Tür nicht zugemacht. Es wäre mir so egal. Es wäre mir so egal. Ich habe gedacht, wir können das aber auf einer Tür. Dachte, auf einer Tür oder was? Das finde ich keine blauen Bären. Doch hier, da, komm zu mir. Bevor ich sie dir weg esse. Ja, es sind so viele. Bären wären toll. Da kommt James hier gleich angestolpert und fließt. Also da sind zwei, drei Sträucher. Der James schwimmt gerade erst mal zum Cockpit hin. Also Jürgen, das sind so viele Bären. Dann macht sich gerade Gedanken drüber, dass es aussieht, als würde die Sonne untergehen. Ich esse auch noch ein paar. Nö, nö, das passt schon. Man kann jeden Strauch dreimal essen, nur dass du es weißt. Jürgen, bleib mal da. Guck mal hier. Was denn? Das ist noch mehr. Guck mal hier. Jetzt ist auch mal richtig. Jetzt ist auch auf. Vielleicht gibt es im Cockpit ja Snacks. Jetzt ist auch mal auf, Mensch. Guck mal, was Papa dir da gegeben hat, was er dir gerüstet hat. Das ist lecker, lecker Heidelbeer. Du frisst dich echt komplett satt hier an diesem großen blauen Bären. Ja, und dann hast du auch gleich Wasser voll und das ist mega geil. Ja. Just saying. Oh, das sieht nach dem... Also ich sammle auch immer noch da gleich die ganzen Steine und Sticks mit und so und packe hier immer in den Holder. Boah, ich bin voll gut drauf jetzt gerade hier. Ja, siehst du? Ich bin ein TV-Star. Ich bin ein TV-Star. Vertrau dem Papa, du. Papa weiß. Ja stimmt, du bist ja auf dem TV-Star-Foto, James. Wo ist denn da los? Und ich bin definitiv real. Ich bin es wieder in den Abgrund. Stand da. Ja. Und ich sah da gut aus. Ja, ich bin voll real. Ich stand da. Ich stand auf dem Aua. Ja, ich stand auf dem Aua, du. Ja, kann man da sterben? Ja, kann man. Geht vielleicht essbare Bären auf dieser blöden Insel? Nee, warum denn? Nein. Nein. Ja, was glaubst du denn, du? Was glaubst du? Das glaubst du selber nicht, Mensch, Burle. Du verdurstest. Finde etwas zu trinken. Boah, mir geht's super. Der Subital. Hungrig. Finde etwas zum Essen. Weißt du, Josch? Hm. Geile ist, nächste Woche Freitag, ist mein normales Ticket endlich wieder gültig. Normales Ticket? Ja, mein Behindertenausweist-Ticket. Ey, das ist aber auch knapp dran, du. Ja, erster Zwölfter. Ja, das ist aber ganz schön, also, auf den Moment. Weil man ja, die haben jetzt exakt einen Monat gebraucht, um mir das auszustellen. Hast du das aberkannt bekommen, oder wie? Nö, ich hab das... Bist du nicht behindert genug? Ich hab dir das nur zwei Tage oder so zu spät überwiesen. Bist du nicht behindert genug? Nee, nee, aber du musst dir das Geld zum gewissen Zeitpunkt überweisen. Das steht da zwar nicht drin in dem Schreiben, aber das musst du halt machen. Und dann kannst du das ausstellen. Forderungsstelle, während ich will nicht mal nicht mehr Medizin nehmen. Wie ist das denn? Baumfeld. Ich sterbe gleich. No, dieser Schordi. Wir trauern mit dir, James. Aua. Ich werf da mal Baumstämme runter, ne? Ja, sehr gut. Wird wohl dunkel. Toll. Und ich kann nicht mehr laufen. Ja, Mensch, jetzt steht ihm mal nicht so. Jetzt steht ihm mal nicht so. Ja, eben. Hallo? Es wird dunkel. Achtung, Baumstämme könnten aufs Haus fallen. So lange man sich nur runterkullern lässt, ist ja kein Thema. Dann passiert ja nichts. Wenn der Baum umfällt, dann passiert. Nee, also wenn dann, wir schön flachlegen und dann runterkullern lassen. Soll ich jetzt erstmal Medizin essen? Also unsere erste Bank und unser Tisch. Soll, die Medizin wirkt nicht mehr. Dann geht's sehr richtig scheiße. Oh, guck mal, ich hab Kräuter gefunden. Das korrekt. Bench, 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 Bench. Guck mal, ich hab Aloe Vera gefunden. Ja, ja, ja. Da kann ich dir, da kann ich dir vor, äh, da brauchst du was Schönes zusammen, so. Was ist das hier, äh, Sonnenhut? Nimm einfach mal Kräuter mit, ne? Ich mix dir da was Schönes, wenn du nach Hause kommst. Wir müssen uns ne Couch hinstellen. Also ich finde unser Grill halt schon echt geil. Also ich würde zu gerne, zu gerne irgendwie Beeren finden oder so. Hör mal nichts aus. Fuck, ist das dunkel. Mein Licht ist aus, wir gehen nach Haus. Rabe, Möller, Rabe, Möller, Rabe, Bum, Bum, Bum. Ich werde noch ein paar Dings droppen. Rabe, Möller, die schieben mich mit runter. Bum, Bum. Ja, das ist mir auch schon passiert, Joff. Danke, Sophie. Also nimmt langsam Form an, unser. Danke, danke, danke. Weil es fehlt nur noch eine, eine Wand jetzt hier. Also eine Zaunwand. Also der hält hier mit, den muss ich nochmal herunterschubsen. Nein, nein, ihr f... netten Baumstämme. Einfach in den Zaun stecken, weil Tisch und Banke sind schon fertig. Machst du abends auch immer, oder wie? Ich bin jetzt unterhalb vom Haus. Ich weiß nicht, ob ich hier hoch bin. Oberhalb vom Außergang für den Bären, James. Ich komm mal kurz, ich zeig dir den Weg. Wow. Wirklich. Ja, ich kletter hier gerade die Testswand hoch. Ja, hoch. Ah, ich bin da. Komm mal zu mir, James. Komm mal zu mir. Der Papa weiß, wo es Essen gibt. Lass das mal den Papa machen. Ich komm da mal hoch, ne? Ich muss noch kurz suchen, weil im Dunkeln ist das ein bisschen dunkel. Lass das mal den Papa machen, hi James. Ich weiß gar nicht, wer die... Ich weiß gar nicht, wer die... Nee, nee, James, hier, da hat's auch noch trinken. Komm her, komm her. Beifuß. James, geh zu Josh. Dem Dunant, der hat eine 10 out of 10 Bewertung geschrieben auf Amazon. Ja, geh zu Josh. So, ich mach die Tür wieder zu. Ja, ja, ich geh auch schon. Um mich herum kannst du einfach mal... ...dass deinem Hunger freien Lauf. Alter, hier, guck mal, hier gibt's auch Bären. Sind das blaue? Ja, komm her, da, James, komm her. Ja, da sind ganz viele coole blaue Bären. Ich esse die auch nicht weg vor der Nase, keine Angst. You can trust me. You can totally trust me. Bist du da innen da? Ja. Da hat's einen Busch und da hat's noch einen Busch und dahin hat's noch einen Busch. Aua. Dahin hat's noch einen Busch. Der James stirbt dauernd. Ich glaub, die sind gar nicht global abgegessen, weil wenn du da drüber warst, hab ich die trotzdem noch. Global abpressen. Also, die sind private. Nee, ich weiß nicht, die sind informatikerwitze. Warte, warte, da ist... Hier ist noch. Die sind immer witzig. Nee, was, was hab ich neulich... Oh, fuck, das hab ich, glaub ich, gar nicht abwortet. Das war nicht voll witzig. Du schimmst auf den UDP. Warte mal. Ich guck, ob ich die wieder finde, Julian. Ich fand den ganz witzig. Hier sind übrigens auch noch Bären. Ich muss mal kurz was googeln. Und dann muss ich den Witz bringen, damit der über den Witz sich findet. Yay! Das kriegt noch ein Plan. Ähm. James? Ja? Haben wir eigentlich irgendwann schon mal gespeichert? Äh, nein. Ja, machen wir das mal vor. Dann schlaf und speichern wir doch mal. Ja. Weil unser Lager hat jetzt doch echt schon ne ganz geile Form angenommen hier. Hier vorne sind übrigens auch noch Büsche mit S-Bahnbären. Ich hab meinen Witz mal wieder gefunden. Möchtest du ihn hören? Aber sicher. Ich kann aus dem FF bis 255 zählen. Oh. Oh, du Hexe. Hi you. Hi. Dem Zaun hier geht es auch schon mal besser, ne? Hä, welchem Zaun? Dem Zaun geht es gut. Komm mal rein. Nein, guck mal, hier ist schon leicht geschätzt. Ach, unser Stone-Ding ist aber kein Reparatur-Symbol. Unser Stone-Ding ist voll. Ähm, doch, da ist ein Reparatur-Symbol. Du brauchst nur ein Reparatur-Tool. Ähm, welches man irgendwie herstellen konnte. Aber glaubst du, ich wüsste noch wie? Nö. War's, nein, so wollte ich das nicht. War's, Doc. Und, und, Kloos. War das nicht das, wo du dann immer so richtig dumm rumgehämmert hast? Ja, genau. Ha, ich sitz falsch rum. Ich glaub, es war... Hi, euch. Oh, weiß ich, aber ohne Feuer, ich hätte mir den Krieger hier draußen hingestellt. Ach komm, lass mich hier Dings so schwenken mit den... ...Feuerzeugen. Leider drehen die nur ihren Kopf, die Dreckssäcke. Lalalalalala. War dir bei denen heute Leckeres auf dem Tisch? Der Mann von Wanderschaft hat bestimmt was mitgebracht. Ähm. Ich glaube nicht. Mir kann ich ja aufstehen. Doch, ich hab von der Wanderschaft was mitgebracht. Ich hab Heidelbeer-Strauchsamen, Sonnenhutsamen, Aloe Vera. Ja, ich würde nur zu gerne nochmal ein Reparatur-Tool basteln. Wie ging das denn nochmal? Was fehlt mir dafür? Google ist doch... Äh, bin ich dabei. Cool. Schlafen. Schlafen. Speichern. Speichern fände ich gut. Boah, ich möchte gerne noch was... Oh, ich möchte noch irgendwas Feuermäßiges an dem Ding hier aufstellen. Hast du unseren geilen Grill schon gesehen, James? Ja, super. Unser geiles Feuerbrief. So great. It's so great, you love it. Guck mal, wie schön das das Haus hier beleuchtet. Ist das nicht wunderschön? Hm. Was hast du ja an Lebtag noch nicht gesehen? Hm. Hi, Josh. Wandpflanztopf. So was möchte ich haben. So was möchte ich auch. Ja, guck mal, da kannst du... I saved. Sehr gut. We can sleep. So, was brauch ich denn dafür? Äh, noch? Repair to a stick, a rock, a... Ach, 10 SAP. Was ist denn SAP? Das ist der komische Programmiersoftware. Ja. Ist auch geil, es riecht immer wieder gut. Nass und feucht, oh, so wie es geil. Ach, guck mal, der Baum ist gewachsen. Oh, cool. Ich geh mal wieder, 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 ich geh mal wieder. Mal close. Klingt nach einem guten Plan. Ja, es ist Harz. Also hier auch ganz viele Harzes. Hey, ich bin der Reparatur, man. Ich bin der Reparatur, Walter. Oh, oh, die waren nicht gut. Die sind gut. Nicht der, warte mal. Nee, auf Jodl gibt's keinen Reparaturnamen, nee. Bären schmecken so gut. Ach ja, aber vom Bären kann man sich also seit neuestem echt gut ernähren, du. Ja. Ich hatte meinen kompletten Morgenhunger, den hab ich jetzt weggeflossen mit den Bären. Hm. Lecker. Ja, uns geht's schon gut. Ich finde es immer noch durch, dass man hier nicht in dieses Zeug hineinkommt. Oh, unser Zorn ist ja immer noch nicht fertig. Ja. Jetzt noch Ansprüche stellen. Guck mal, wie schön wir das ausgebaut haben. Weißt du, unterwegs gewesen und wir haben einen coolen Grill. Ja. Nee, weißt du, das erzählt wieder alles nicht. Nur am Märchen. Weißt du, ich war auch unterwegs. Ich war auch mal unterwegs. Ich bin fast verhungert. Habt ihr da den Zau gebaut? Können wir denn da was für? Bestimmt. Und dir nix einpackst? Jürgen, wir können Bären immer. Ja, du bist der Reparator. Ja, genau. Ich hab Hunger. Dann friss Bären. Ja. Nettigkeit hat sich jetzt erledigt hier. Friss und stirb. Guck mal hier. An weißen Bären. Chicoré hab ich gefunden. Chicoré. Es war schick, du. Für unsere Kräuter oben hier. Aber das ist so, das ist so der Bittere. Den mag ich nicht. Wenn der im Salat dabei ist, dann Baum fällt. Okay. Nein. Baum fällt hin. Man kommt irgendwie in dieses blöde Flugzeug wieder rein. Das geht. Ich bin da nicht reingekommen. Ihm hab ich mich da aber so richtig reingesneakt. Ach. Nein! Du Ficker. Also, netter Mensch. Du net am Ende. Du net am Ende. Du net am Ende. Du net am Ende. Du net am Ende am Ende. Du net am Ende am Ende. Vielen Dank.